Nachdem ich zu diesen vier kanadischen Penny Stocks bereits Einzelanalysen gemacht habe, will ich dir ein paar sehr interessante Gemeinsamkeiten und auch Risiken präsentieren, die du definitiv kennen solltest. Herzlich willkommen zu Aktien World, ich bin Andrei. Vorab der Hinweis, das Video stellt keine Beratung oder Empfehlung, da es ist lediglich meine persönliche Meinung zu den in Video genannten Aktien. Eine ganz wichtige Info vorab, ich habe ja bereits zu allen vier Unternehmen Einzelanalysen gemacht, die ich dir auch nach und nach als Infokarte mit einblende. In diesem Video behandle ich die Themen und Feststellungen nur sehr zusammengefasst, damit es einfach für dich kompakt bleibt. In den Einzelanalysen stelle ich dir das aber sehr detailliert dar, also falls du noch offene Fragen hast, schau sehr gerne in diesen Einzelanalysen vorbei. Den ersten Punkt fand ich bei meinen ersten Analysen auch ziemlich ungewöhnlich, mittlerweile habe ich mich aber schon fast daran gewöhnt, und zwar benutzen diese kanadischen Cannabis-Penny-Stocks Mantelgesellschaften für den Börsengang, außer Clean Power Capital, aber zu denen komme ich gleich noch. Bei Speak Easy war es das Bergbauunternehmen Hadley Mining im Jahr 2017, bei Bev Kenner war es Nutrividia Biotech Investments im Jahr 2018 und bei Halo war es Apogee auch im Jahr 2018. Das war auch ein Bergbauunternehmen bzw. ein Unternehmen, das sich auf Mineralien fokussiert hat. Das heißt, keines dieser drei Unternehmen ist direkt an die Börse gegangen, denn das ist immer im Rahmen von Fusionen, Übernahmen und Umstrukturierungen geschehen. Das war bei jedem Unternehmen ein bisschen anders, in den Einzelanalysen wird dir das aber klar präsentiert. Natürlich stellt sich daraus die logische Frage, wieso machen das diese drei Cannabis-Unternehmen? Denn ein Bergbauunternehmen oder auch das Biotechnologieunternehmen bei Bev Kenner hat ja auf den ersten Blick nicht wirklich viel mit Cannabis zu tun. Ich muss dazu sagen, eine klare Antwort habe ich dazu nicht gefunden. Zum Beispiel hatte der CEO bei Halo Collective noch gesagt, dass er sich freut, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden. Welche Vorteile jetzt aber Apogee daraus gezogen hat, wird nicht wirklich beschrieben. Vielleicht ist es irgendwo sogar begründet. Hier aber überhaupt Informationen zu finden, ist schon sehr, sehr schwierig. Zu diesem Thema komme ich aber auch noch. So ist es dann bei SpeakEasy und Bev Kenner auch. Dass die Cannabis-Unternehmen den Börsengang als Vorteil haben, das ist völlig klar, aber der Vorteil der anderen Seite wird nicht erwähnt. Das weckt bei mir die Vermutung, dass der Börsengang der einzige Vorteil ist. Das ist jetzt pure Spekulation von mir, das sage ich auch klar dazu. Aber Haley Mining, das war das Unternehmen von SpeakEasy, die hatten in ihrem letzten Jahresabschluss von 2017 keine Umsatzerlöse. Weder im Jahr 2017 noch 2016, die hatten überhaupt keine Erträge. Sie hatten nur Aufwendungen und sie hatten die letzten Jahre nur durch Kapitalerhöhungen überlebt. Natürlich stellt sich daraus die logische Frage, was macht so ein Unternehmen überhaupt an der Börse? Haley Mining wurde im Jahr 2010 gegründet. Nur hießen sie damals noch anders, aber zu den Umbenennungen komme ich auch noch. Und das heißt ganz praktisch gesehen, sie waren sieben Jahre an der Börse ohne ein operatives Geschäft. Ich habe die Vermutung, dass solche Unternehmen nur gegründet werden, damit sie schnellstmöglich von einem anderen Unternehmen übernommen werden, damit die übernehmende Gesellschaft nicht die typischen Regularien für den Börsengang erfüllen muss. Das ist aber eine rein hypothetische Annahme von mir einfach aus den Fakten, die ich gesammelt habe. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich natürlich nicht, aber von den vier Unternehmen, die ich dir hier präsentiere, haben das drei so gemacht. Also das wäre schon ein sehr, sehr großer Zufall, was ich definitiv nicht glaube. Ich habe von solchen Unternehmen auch schon einmal gehört, wo einfach Kapital von Investoren eingesammelt wird, wie eben bei Haley Mining, denn hier stecken ja auch Investoren drin und dann hat man einfach das Ziel, Unternehmen zu übernehmen. Zum Zeitpunkt, an dem man das Kapital einsammelt, weiß man aber noch gar nicht, wohin die Reise geht, also welches Unternehmen überhaupt übernommen werden soll. Das wissen auch die Investoren nicht. Und ich habe eben die Vermutung, dass das mit diesen Mantelgesellschaften so der Fall ist. Interessant wäre es einmal mit einem kanadischen Wirtschaftsprüfer darüber zu sprechen, ob das wirklich so ist, bringt das rechtliche Vorteile und so weiter. Schreib mir aber sehr gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Auffällig ist auch, dass es gerade zwei Bergbauunternehmen sind, also wirklich sehr spezielle Unternehmen. Ob das dann einen tieferen Hintergrund hat, wäre auch interessant zu wissen. Müssen Bergbauunternehmen vielleicht schon beim Börsengang weniger Gesetze beachten? Ich weiß es nicht. Ich arbeite ja in der Wirtschaftsprüfung, aber mit kanadischen Handelsrecht bzw. den kanadischen Gesetzen für den IPO kenne ich mich natürlich nicht aus. Clean Power Capital ist die einzige Ausnahme. Hier gab es keine Mantelgesellschaft. Sie sind selbst an die Börse gegangen. Nur bei Clean Power ist es so, dass es sehr, sehr undurchsichtig bezüglich der Börsenhistorie ist. Da sie bereits im Jahr 1980 gegründet wurden und sie haben bereits vier Umbenennungen. Also sie hatten schon fünf Unternehmensnamen. Clean Power ist ja an sich kein direktes Cannabis-Unternehmen. Sie sind ja eine Beteiligungsgesellschaft, aber sie investieren unter anderem in Cannabis-Unternehmen. Deshalb sind sie hier in diesem Vergleich eben mit dabei. Damit wären wir schon beim nächsten Punkt. Es gab diverse Umbenennungen bei diesen Unternehmen. Die vier Stück bei Clean Power, bei Speakeasy gab es eine. Damit meine ich aber direkt eine von Speakeasy. Also das Unternehmen hieß davor Canada Limited und wurde dann eben im Rahmen des Zusammenschlusses mit Haley Mining zu Speakeasy Cannabis Club. Haley Mining hatte aber als einzelne Gesellschaft auch bereits eine Umbenennung hinter sich. Deshalb siehst du dieses Plus-Eine der Mantelgesellschaft hier hinten dran. Bei Bethkenner eigentlich keine große Besonderheit. Sie haben nur eine Umbenennung und die Mantelgesellschaft hat gar keine. Sie hießen davor Bethkenner Operating und jetzt Bethkenner Enterprises, also keine große Veränderung. Bei Halo gab es deutlich mehr Bewegung. Halo selbst hatte nur eine Umbenennung und die Mantelgesellschaft hatte vier. Also in Summe gab es bei Halo und der Mantelgesellschaft sieben Unternehmensnamen. Es ist auch ein bisschen unklar im Jahresabschluss dargestellt. Ich zeige dir das hier einmal. Wenn man rein diesen Satz liest, den ich dir hier gelb markiert habe, dann würde man ja sagen, dass Halo im Jahr 1987 gegründet wurde. Denn das steht ja hier so. Halo wurde aber im Jahr 2015 gegründet. Also das schreiben sie auf ihrer Homepage und im Jahr 2016 wurden sie ins Register eingetragen. Also sie übernehmen quasi die Historie der Mantelgesellschaft. Also das ist ein bisschen verwirrend. Man muss sich das über die Register zusammensuchen und auch die Jahresabschlüsse über mehrere Jahre durchforsten. Dann kann man sich dieses Puzzle in Summe zusammenbauen. An sich finde ich diese Umbenennungen gar nicht schlimm. Beziehungsweise ich würde sie auch nicht für unseriös halten, außer bei Clean Power Capital. Das Unternehmen ist für mich persönlich ein klarer Fake. Das habe ich in zwei Videos auch im Detail begründet. Der Punkt ist aber, die Unternehmenshistorie, das heißt diese Umbenennungen samt dem Börsengang, wird von keinen der restlichen drei Unternehmen transparent und übersichtlich auf der Homepage dargestellt. Man findet es zwar, also es ist nicht so, dass sie das verstecken oder gar nicht darstellen. Aus den Jahresabschlüssen kann man es herauslesen und auch in den News auf der jeweiligen Unternehmenshomepage wird es genannt. Aber man muss hier schon sehr große Detektivarbeit leisten, damit man das findet. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man das klar und transparent bei der Unternehmenspräsentation auf der Internetseite darstellt. Denn wenn es nichts zu verheimlichen gibt, dann kann man das doch auch präsentieren. In den Einzelanalysen habe ich dir das immer dargestellt. Hier siehst du das einmal am Beispiel von SpeakEasy und so oder so ähnlich könnte man es doch auch auf der Homepage präsentieren. Das ist ein Kritikpunkt von meiner Seite, denn es wirkt einfach intransparent. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst verheimlichen wollen, was eigentlich keinen Sinn macht, denn im Jahresabschluss sieht man es ja. Kommen wir jetzt zu einer weiteren Gemeinsamkeit, und zwar den Finanzen. Dies sind grundsätzlich bei allen vier Unternehmen nicht gut. Man muss aber auch dazu sagen, es sind eben Penny Stocks. Sie sind noch in einer frühen Phase der Unternehmensgeschichte. Man darf hier natürlich kein hoch profitables Unternehmen erwarten. Ein Punkt noch zwischendurch. Wenn dir solche Videos gefallen, dann lass mir doch einen Daumen hoch da. Das hilft mir als kleiner YouTuber wirklich sehr. Besten Dank. Es wäre aber auch falsch, die Finanzen völlig zu ignorieren, denn jedes Unternehmen muss seine Rechnungen bezahlen können. Sie arbeiten in Summe noch nicht wirklich wirtschaftlich, also das auf Basis des zuletzt veröffentlichten Jahresabschlusses. In manchen aktuellen Quartalsberichten sieht es ein bisschen besser aus bezüglich der Wirtschaftlichkeit, aber hier würde ich erst den kompletten testierten Jahresabschluss abwarten, bevor man sich zu früh freut. Going Concern ist bei allen vier Unternehmen nicht gegeben. Weil die Unternehmen eben noch nicht wirtschaftlich arbeiten, wird von den Wirtschaftsprüfern eine Going Concern Prüfung durchgeführt. Das heißt ganz einfach gesagt, kann das Unternehmen das kommende Jahr überhaupt noch überleben, also seine Rechnungen bezahlen und so weiter. Und da werden einfach von den Wirtschaftsprüfern erhebliche Zweifel geäußert. Wie gesagt, das hängt einfach mit der Wirtschaftlichkeit zusammen, aber auch diesen Fakt sollte man einfach kennen. Die Wirtschaftsprüfer schreiben das definitiv nicht zum Spaß in den Jahresabschluss. Damit wären wir schon beim nächsten Punkt. Wie schaffen sie es überhaupt zu überleben? Und das ist ganz einfach, sie führen ständig Kapitalerhöhungen durch. Man sieht das immer sehr gut im Eigenkapitalspiegel und in meinen Einzelanalysen präsentiere ich dir das auch. Ich selbst bin in keines dieser Unternehmen investiert und das wird auch so bleiben. Falls du aber trotz der Risiken Interesse hast, natürlich ist das keine Beratung oder Empfehlung selbstverständlich, solltest du auf jeden Fall darauf achten, für was das Kapital aus den Kapitalerhöhungen verwendet wird. Das sieht man auch immer sehr schön im Eigenkapitalspiegel, denn wenn das neue Kapital nur dazu verwendet wird, um alte Rechnungen zu bezahlen, dann ist das quasi ein ewiger Kreislauf. Das Ziel muss es aber sein, wirtschaftlicher zu arbeiten und irgendwann auch einmal ohne Kapitalerhöhungen zu überleben. Mich würde auch sehr gerne deine Meinung zu diesen Fakten interessieren. Vielleicht ist das mit den Mantelgesellschaften auch gang und gäbe in Kanada. Trotzdem haben die Umbenennungen einfach einen Fadenbeigeschmack für mich, weil niemand sie transparent präsentiert. Ich hoffe, du konntest aus dieser zusammengefassten Version über die Feststellungen und Besonderheiten dieser vier Unternehmen etwas Neues mitnehmen. Mir ging es darum, dich sachlich über diese Fakten zu informieren, denn diese vier Unternehmen besitzen eben sehr interessante Gemeinsamkeiten und damit bis zum nächsten Mal.